Servus Freunde und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute gibt es wieder was von Vini Esports und zwar das nächste Pro Weekly. Das Ganze läuft so, es gibt jeden Mittwoch ein Weekly Turnier. Das beginnt um 19 Uhr, werde ich auch so gut es geht immer Watchparty mit mir auf dem Twitch-Kanal, also definitiv vorbeischauen. Und dort spielt man dann einfach in einem Bracket, in einem Pro und einem Casual Tree gegen andere Teams, randomly, best of one. Wenn man gewinnt, kommt man eine Runde weiter, maximal gespielt werden vier Runden und das Finalteam, also wenn du gewinnst, kriegst du am meisten Punkte für die komplette Project V-Leader. Das war jetzt das erste Weekly und hier sind die Highlights. Ich wünsche euch sehr viel Spaß damit, lasst gerne ein Like da und schreibt in die Kommentare, was für Team-Content ihr noch sehen wollt. Und wir gehen rein auf Split. Zwei sind da. Oh, Gustav. Boah, Marquez spielt das runter, Alter, es ist so krank. Boah, Marquez. Maschallah. Ja, Alter, er hat das einfach. Minus 120 auf Omen. Keine Omen. Nein, gut Zeit. Hast du noch einen Flash? Gut Zeit. Nein, er ist schon wieder die Seed. Schön. Oh mein Gott. Niko und Gustav, dass du, dass die Welt brauchte, aber nicht wusste, dass sie sie brauchen. Einer ist in Main, ich bin Crossfire. Oder? Safe. Oh nein, so close. Ich hätte es vollkommen gegönnt, wenn er da mit durchgezogen hätte. Das wäre anders krass gewesen. Heute Mitte. Drei, drei B-Man. Mitte. Drei Mitte. Drei Mitte. Zwei Mitte, einer Rahmen. Oh, Leon! Gibt es ihnen. Und da fliegt die Ultran. Oh no! Keine Sorge, Niko, niemand hat es gesehen. Die Runde kann man nicht mehr verlieren, Schatz. Das ist immer noch ein 4 gegen 2. Und wir haben den Spike. Da werdet sicher keine Raze-Hold reinfliegen und drei Leute holen. Auf gar keinen Fall wird das passieren. Habe ich ja gesagt. Du wie der Dog. Das ist immer noch ein 2 gegen 1, Freunde. Genau, er ist nicht da. Warte, warte. Ja, ich renne mit dir. Ich habe nur Elbow gerade. Ich habe nur Elbow. Schönes Ding. Da ist es gespielt. So, Leon im Lurk. Das geht auf B. Das kennen wir schon. Alle, die sind so blind. Ab auf C, Freunde. Schön. Keine Viper in keinem von beiden Teams? Nein, wir spielen keine Viper auf Lotus. Schön. Rudolf Zora. Halt! Nein, Niko! Aber woher weiß er? Marquez? 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 Oh mein Gott, so gut. Rennt ihn einfach um. Es kann nicht wahr sein, Alter. Ich zieh ihn einfach durch. Nein. Ungünstig. Schön, Marquez. Macher. So ein Macher. Bro, ich muss aufs Klo. Ja, ich kann nicht mehr. Bitte. Spielt diese Runde. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gewinnt, gewinnt. Ich muss richtig drüben. Aufs Klo. Bitte. Ult und rein. Zap, zap, zap. Boom, boom, boom. Bang, bang, bang. Gustav mit der Ult. Zai, jai, jai. Sayonara, Freunde. Und der letzte. Danke. Und wir haben die Wendel. Das ist sehr gut. Das sind schon wieder diese Pink-Talente, gell? 80er und 50er. Es kotzt wirklich. Schön, Leon. Wichtige Runde. Schön, Marquez und Niko. 30 Sekunden left. Warte, warte, warte. Minus 100. Ich kann kein Gehilter an. Warte, warte, warte. 3, 2, 1. Hold in, hold in, hold in. Nein. So stark der Runde von Marquez. Wichtig, wichtig. E-Klassiker. Er pickt mit einer Operator. Ohne Info. Das ist krass, Junge. Ich will mir gerade richtig einen Schwachsinn zusammen. Ich will mir gerade einen richtigen Schwachsinn zusammenhalten. Oh mein Gott, das wäre fast schiefgegangen. Toller die Waldfee. Alter, die Flash. Manchmal gibt es für solche Matches keine Pinggrenze, weil Riot es einfach nicht geschissen bekommt, sich um die Playability des Games zu kümmern. 2.50er. Oh shit, what? Utility doesn't kill by the way. Schön, wichtig. Schön, Kongi. Richtig. Schön. Und letzter ist ein C-Link. Chat wieder schön gepunisht. Und einen zweiten bekommen. Und noch einen dritten vielleicht sogar. Ja. Schön in den Nade reinlaufen. Schön! Spike down A. Off your feet! Letzter Zeit. Letzter Zeit. Letzter Zeit. Letzter Zeit. Geht den Zip hoch, Zip hoch. Spike planted. Ja! Fucken Macher, Kongi, Alter. Bro, was ist? Schießen die Gegner eigentlich auch zurück, oder hä? Der Jets hat sechs Runden keinen Frag mehr gemacht. Ey, Jungs, ihr macht das super. Die Ping-Abuse und die Jets hat drei Runden keinen Frag mehr gemacht. Läuft nur ins Wire rein. Die Gegner schießen gar nicht mehr zurück. Habt ihr, okay? Schönen, der Pongi. Schönen, der Pongi. Peek nochmal. Komm, Peek. Peek mit 80 Ping, komm. Habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Wahrscheinlich plantest du hier den Spike, oder? Um Gottes Willen, was ist der Plan? Habe ich mir schon gemacht? Ja. Sight. Komm, komm, komm. Stunt. Es geht. Stunt, es stunt. Im G. Ich trot. Ja, ich trot. Passt du, passt du. Der dürfte Flash haben. Nein, nein. Ich trot. Wir sind. Wir trot. Schill, 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 schill. Warte, bis er legt einfach. 10 Sekunden left. Nein. Alter. Let's facken. Glaubst du, die holen noch eine Runde? Glaubst du, die holen noch eine Runde? Ist okay. Was? Ein aufbettung. Unbekannt. Okay, eins für eins. Alter, der hat Spam 2 durch die Smoke mit Wendel. Das kann nicht was haben. Ab der Bombe. Ab der Bombe. Ab der Bombe. Ab der Bombe. Bro, der läuft einfach aus der Smoke raus. Das ist so lächerlich, dass wir überhaupt gegen die Innova-Time stehen. Lieber, das ist komplett bodenlos. Okay. Mir ist 40. Machst du links dran? Ingoll. Let's go! Es darf jetzt einfach nur keiner zu früh down gehen. Wenn die nächsten 10 bis 15 Sekunden alle leben, ist es richtig gut. Der geht auch da an der Bridge. Oder? Nein. Der kommt nicht durch. Der ist zu fett für die Tür, der Idiot. Er ist zu fett. Der kann nicht durch die Tür. Junge, er... Ja, die gehen auf C. Der Cole muss da sein. Ja, ist da. Pick die Jet. Ja! Ja! Tu es ihnen an! Marquez, tu es ihnen an! Ja! Füge ihnen Schmerzen zu. Ja, warte, der Flash. Ja! Verdammte Scheiße! So ist das nämlich! Junge, ihr habt es denen so angetan. Ich lieb's. Nur mit dem Game, hallo! Ja, ich hab voll komisch gefasst. Nein, Alter, Gustav macht Ace, wenn ich rausgetappt bin. Ich glaub's nicht. Ey, Gustav, es tut mir so leid. Wirklich. Ich schwöre, ich hab gar noch einen Tweet abgeschickt. Es tut mir so leid. Er macht Ace im Pistol Round. Ich bin rausgetappt. Gustav, bitte verzeih mir. Es tut mir so unglaublich leid. Schön. So schön von Kongi. Aber Kongi ist stärker. Ich bin einfach nur auf Exits, oder? Exits und dann Bombe ist hohes halten. Actually smart. Keine Scherde für die Bonusrunde, Donaten. Ninjern wir das? Ninjern wir das? Yo! 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 Oh mein Gott, ich dachte gerade. Holy Shit! Das wäre ja geistig gewesen. Schön, Leon! Nur der Hundenkönig. Das gibt's nicht. Schade, Mann! Scheiß, Mango ist unser Endgegner, Alter. Das ist das einzige Team gegen das wir bisher verloren haben. Im kompletten Split. Kalibrierung. Wir spielen von acht Spielen. Gewinnen wir sieben, wir verlieren eines gegen Mango. Erstes Weekly, wir gewinnen jedes Game, außer vielleicht gegen Mango. Ist jetzt erst da. Start. Ist das auf der Seite? Ist das auf der Seite? Start minus 70 um. Clashen. Spike planted. Der Aftershock ist in der raus. Der muss picken. Ah! Nice. Enden wo? Er auf der Seite. Voll enden. Ja. Ah, Scheiße. Bro, die haben... Keine Ahnung. Die haben wirklich gut gespielt. Die haben wirklich gut gespielt. Leider ein bisschen off-game von uns, aber die haben auch wirklich gut gespielt einfach. Die waren so schnell. Immer offside und haben so gut gepusht. Also muss man echt GG sagen. Diese Mango ist es einfach wirklich. Die einzigen Games, die wir verlieren, ist gegen Mango. Ich schreib den Mango auf Twitter an. Den rvnxmango, dass sein Team aufhören soll, gegen uns zu spielen. Also wir haben legit bisher 14 Maps gespielt und zwei davon verloren. Wir stehen 12-2 und beide Maps waren gegen Mango, die wir verloren haben. Vielleicht liegt uns Mango nicht als Team, weißt du? Unverträglichkeit. Ja, ich mag auch Mango, das ist echt eklig. Auf geht's. Okay.